hallo und willkommen zu einer weiteren folge fortnight action mit dem herrn sofort und mir dem herrn gleich ja wir haben jetzt mal hier duo versus squat gemacht wie heißt dieser modus noch mal nah dran damals hieß er mal für fünf stunden häuserkampf genau war richtig geil da ist ja nur die shotgun und leute ihr kennt mich ich hasse über alles sind die schlimmsten leute diese spielmodus würde ist für die leute die halt überhaupt nicht werden oder so und die einfach ja wie soll man sagen richtig skiller spiel richtig schon so wenn man hat keine support waffe naja also auf jeden fall da gibt es einen neuen emot den haben wir euch heute schon vorgestellt im dailyshop video und dieser emote ist ja der schlachtruf im mode ja bei mir also bei mir heißt der ruf zur schlacht genau ruf zur schlacht und das ding ist natürlich jeder jeder der irgendwie in irgendeiner also jeder der in irgendeiner form herr der ringe oder sowas oder keine ahnung welche bikinger filme oder so geguckt hat ja der der kennt dieses die dieses schlachthorn wenn das wenn das ertönt dann geht es richtig zu sagen die leute passt mal auf ich habe mich die kurze spoiler alarm ich habe mich am ende des games vor einem squad hingestellt der hat das squad hatte sogar high ground gehabt also das haben wir beide gemacht haben wir beide ich war direkt vor der nase habe ich dann hingestellt hat den schlacht aufgemacht so wir machen jetzt mal hier ein extra schlachtruf video duo versus squad leute und dann zieht euch das mal rein was wir da jetzt geschafft haben ja also nur mal duos und squads ziemlich geil und da unten sich an ja ich war da glaube ich schon am anfang war ich tod ja ich war da glaube ich schon am anfang war ich tod ne das bist du das bist du das bist du den haben wir auch geprüttelt jetzt kamen noch noch zwei teddybären den einen habe ich habe einen headshot gegeben leute ich hasse teddybären ich hasse sie und dann habe ich dir eine mann hätte noch ein und dann noch mal einer bekommen und noch einen und tot ja ich habe jetzt sollte das auf was auch die schlacht da hinten oder ecke jetzt hat er mir richtig krass mit gegeben jetzt hat schon 28 leben gehabt ist weil ich durfte von dem nicht mehr getroffen werden deswegen leute ich gehe jetzt ein bisschen vorsichtig dran da wusste ich genau was ich machen soll und habe mich dann dahingestellt und habe gedacht scheiße ich darf nicht ich darf gar keinen fehler machen habe dann ist er wieder sagt noch mal geht und dann bin ich hingegangen und bin hier habe ich die wand in wort dann da war er tot so jetzt musste der herr sofort mir natürlich hoch helfen war die geräusche kann absolut essen nein liegt das jetpack geräusch also ein jetpack geräusch so komisch ist also ja musste mir hochhelfen ich habe natürlich wieder ungünstig der herr sofort schimpft dann immer wenn ich so ungünstig liege ja weil jetzt wird erstmal nur gefahren so und dann geht die action glaube ich gleich richtig ich bin noch mal ein bisschen nach vorne spulen achten das war ein bisschen nach vorne noch ein bisschen so weil ich bin nämlich auf die geflogen hier habe ich jetzt noch gegen ein anderes sport gespielt denn die haben wir benutzt genutzt 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 auch nachgegangen dann wieder der eis dragon am start wir kennen die nicht ja mega geil so ohne natürlich gleich runter gepusht er sofort meinte da unten sind sie da unten sind sie da unten sind so ja ich war natürlich jetzt ein bisschen weiter weg war da hinten noch an diesem haus weil ich bin nicht mehr rechtzeitig an den riss angekommen ich habe mich dann mit der planche nach vorne gezogen da bin ich dann ein bisschen runter gefallen habe mich dann trotzdem hoch gebaut dann habe ich mich vor dem hoch gebaut musste ich ja machen und ich war halt ein bisschen unter Druck weil er gleich war nicht da da kam ich dann aber glaube ich jetzt gleich ja da bist du angeflogen gekommen habe ich gerade durch ein bildschirm fliegen sehen und dann bin ich auf den geräumt und dann kam der tote zack headshot und tot ja das dieses alter das geht auf die nerven was ist das geräusch das hast du natürlich nicht aber da ist so ein geräusch das nervt wahrscheinlich auch die zuschauer wenn das jetpack da liegt ein jackpack und dann ist so ein ganz komisches geräusch ja das ist aber normal das hast du im spiel auch da hast du nicht so ein geräusch hast du nicht das würde mir nicht auffallen so ähm ja jetzt 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 lassen wir es mal ein bisschen laufen weil wir wollen ja auch noch zeigen dass wir den schlachthof auch des öfteren mal dann ja da kommen wir dann zur szene wo ich den schlachthof benutzt habe so warte mal genau 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 Leute hier wir spulen mal ein bisschen zurück genau dann stelle ich mich Achtung hier hin so dann guck ich zu den hoch so stell mich hier ja oben stehst du zu viert ganz arrogant ja und ich hab das dann auch gleich noch hinter dir gemacht vor allem das haben sie noch gesehen dass ich das gemacht habe ja dann bin ich hier runter gegangen ja und hier hoch pass auf jetzt Leute jetzt war das das war schon das war wahrscheinlich richtig richtig assi aber das auch Leute so jetzt kommt der her ja die werden sich jetzt auch gedacht haben what the fuck was ist denn da los ja zumal ich es von unten ja auch noch ein paar mal gemacht habe Achtung ein Hitshot zwei Hitshots drei Hitshots vier Hitshots fünf Hitshots ja gut zack tot Omega und zack tot ja und da kommt noch einer da kommt noch einer den haben wir erstmal gar nicht gesehen richtig ich hab dann nur gemeint da kommt noch einer macht da mache ich noch den Schlachtruf Leute wir sind am Start ja dann haben wir hier noch ein Mini habe ich hier reingedrückt du musst mal bitte irgendeinen aus der View damit ich das in our screen habe wenn du den Schlachtruf wenn der gemacht wird dass wir das mal direkt am besten mit meinem wenn ich den mache hey du konntest auch bei mir gerade eben sehen mit dem Dach ne aber das ist nicht so wie das ist direkt in Space ja aber das siehst du auch nochmal nach dem Kampf haben wir auch nochmal gemacht du weißt nicht was ich meine ne Nahansicht ja ja können wir doch machen ey das ist nervig ne so da haben wir gerade gerade habe ich ihn ausgepackt genau so ah jetzt hättest du nehmen können ich hab ja gesagt gerade habe ich ihn ausgepackt zeig's nochmal so und dann zoome mal richtig an den Rand genau jetzt so von der Seite am besten von der Seite ja genau so das Ding ist halt richtig richtig geil ja es macht mega Bock Leute ihr könnt euch nicht vorstellen wie geil das ist wenn du wenn du weißt äh da vorne kommen jetzt Gegner und du machst den Schlachtruf und die denken sich was ist denn mit denen kaputt ja die sind zu zweit und kommen auf vier Leute drauf und machen den Schlachtruf das ist geil töten sie dann noch das ist richtig nice so Leute jetzt kommt gleich die sofortische Dummheit ja da ist dann der Herr sofort nein noch nichts sagen ja bin erst mal hier hoch hab mir die Piste geholt und äh seh jetzt gleich diesen Typen da unten ich weiß gar nicht na den müsste ich gleich sehen warte ähm hallo? hört man den Schlachtruf überhaupt noch wenn ich den auch mach? nein man hört ihn nicht wenn du ihn machst nein aber wenn ich ihn mach also wenn ich in deiner Sicht bin hört man ihn auch von dir so dann gibt er mir halt einen Hit und ähm aber das war kein krasser Hit und dann ist er da runter gefallen aber mit dem Jetpack halt hat er sich gesaved da hab ich schonmal den Schlachtruf gemacht oder Schlachtruf gemacht oder? und dann bin ich hier runter spring hier äh setz C4 hab nochmal geaimt zack und zack so dann denk ich mir natürlich ich spring hier einfach runter zum Jetpack dann hab ich da nochmal C4 hingelegt das hat natürlich nicht getroffen und dann ist er gleich gestorben weil ich nämlich auch mit dem Jetpack eigentlich abgebremst habe ach so das müssen wir doch gleich bei einer Wiederholung nachgucken weil er gleich bei der Überzeugung gewinnt so jetzt Achtung Leute und jetzt Pheum da war er tot so jetzt müssen wir nochmal ganz bisschen in der Wiederholung gucken weil er gleich mit mir rumdiskutiert wartet ich hab abgebremst das ist niemals doch ich hab abgebremst ich möchte sehen ich möchte sehen dass du abgebremst hast ja so ok so einmal abgebremst noch mal abgebremst ja wenn du ständig da stoppst und start und stoppst und start dann kannst du sowieso nicht sehen so ja wie willst du es denn so sehen so siehst du gar nichts noch mal abgebremst guck mal ich bin so hoch bin ich doch gar nicht mehr noch mal abgebremst und dann ja aber aus der Höhe ist man noch nicht tot doch nein wenn du wenig Leben hattest dann dann bist du doch ich hab doch nicht wenig Leben gehabt anscheinend schon nein ansonsten wärst du nicht gestorben war wohl zu diskutieren doch ich war fast full live war wohl zu diskutieren ich war fast full live ist doch egal nein ist nicht egal so hoch war ich nicht mehr ich hab gebremst ist wurscht so jetzt kommt gleich die äh sofortische Dummheit mit der sollte man sich eher nicht anstecken wir können ja mal bei dem letzten Gegner reingucken was hat sie die Killz hatte der gehabt null cool äh ja toll egal machen wir weiter jetzt kommt erstmal die Herr sofortische Dummheit nochmal der Schlachthof und dann ja jetzt bin der jetzt ist es Herr sofort und ich wäre ja nicht Herr sofort wie wenn ich dann einfach da runter fallen würde so ich hab dann auch versucht ihm hoch zu helfen aber der Border war natürlich äh ja direkt hinter mir und so so das kannst du vergessen der Border macht 10er Ticks das schaffst du nicht mehr ganz ja dann hab ich gleich schon gesagt rennen 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 ja und da oben kam dann auch schon der Gegner und da vorne zack und wenn einer schon mit Pümpeln ins Endmatch geht ja gleich ja gleich boom boom gewonnen ja mega 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 nice also das Ding dieser Emote ist der Oberhammer können wir euch nur empfehlen für alle Pusher ja also wenn euch dieses Commentary gefallen hat würde ich mich selber liken und am Kommentar freuen bis dann und tschüss Ciao